Heute verwandeln wir uns in Godzilla. Wir spielen nämlich Kaiju Run, was ein Spiel ist, wo wir erstmal so ein kleiner Affe sind und dann werden wir absolut Godzilla-mäßig. Also kurz gesagt, sehr groß auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob du einen Kostabonnierst hast, wenn du kommst, die Videos von allen sind kostenlos. Und wenn du es tust, dann wirst du auch nochmal so stark wie Godzilla sein, weil das ist immer sowas nicht aus. Und wenn du das Video zwar aus Likes bekommst, lade ich das nächste Video hoch, also können wir es schaffen. Okay, also wir sind dieser Affe hier, wie ihr seht, und wir können, uh, wir können ja echt viel größer werden, wenn wir diese grünen Teile hier sammeln. Oh mein Gott. Und jetzt können wir sogar Wände zerstören. Und dahin ist Godzilla. Das heißt, wir sind erstmal King Kong, aber ja, wir werden wahrscheinlich noch zu Godzilla und dann, ah, wir müssen fast tappen. Okay, wow, wir sind millionmal stärker als er. Also normalerweise würde ich sagen, dass King Kong schon schwächer ist als Godzilla, so ein bisschen, aber King Kong ist eher so der Sympathischere. Also er ist der Schwächere, aber quasi der Liebere oder der, der die meisten Fans hat. Ich bin auch für King Kong. Na gut, King Kong hat dieses Mal auch gewonnen. Ich meine, im Endeffekt, ich glaube, ich meine, beim letzten Film, ich will ja nicht spoilern, wer gewonnen hat oder wer nicht gewonnen hat, aber im Endeffekt, glaube ich, früher oder später würde King Kong immer gewinnen, weil King Kong quasi einfach der Gute ist sozusagen und die lassen doch nicht Godzilla gewinnen, oder? Obwohl ich Godzilla eigentlich auch mag, nur halt, King Kong meint ja mehr, weil es ist halt irgendwie cooler, okay? Ist ja irgendwie mehr so ein Bruder, wenn ihr versteht, was ich meine. So, wir können jetzt beide aufsammeln. Oh mein Gott. Oh, das sieht aus wie ein Minecraft-Baum. Witzig auf jeden Fall. Alter. Warte mal, das ist ein neuer King Kong. Uff. Okay, ich bin größer als der King Kong. Du hast keine Chance, Bruder. Zwei Schläge und das war's. Und er fliegt einfach durch die komplette Map. Ja, respektiere ich auf jeden Fall. Raten, ob er, wer mal ausschalten wird. Sehr gut geraten. Okay, jetzt sind wir so ein kleines Tierchen, was sehr... Oh, ich hab Internet nicht ausgeschaltet. Ich hab das Spiel neu gestaltet, aber Internet nicht ausgeschaltet. Ich bin ein Genie. Okay, wir können auf jeden Fall hier im Wasser jetzt sein. Was wären wir... Oh, was wären wir hier... Oh mein Gott. Alter. Ja, ja, den gibt's auch in einem anderen Teil, aber ich glaub, der ist gestorben. Und wir kämpfen gegen dieses Wesen. Hamera. Okay, kenn ich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber wir haben's besiegt. Und es fliegt über das komplette Boot. Ja, Boote sind in diesem Film auch immer so ein Ding, auf jeden Fall. Oh, jetzt sind wir in der Sache. Okay, das sieht richtig... Warte mal, wo lang? Hallo. Oh mein Gott. Was? Okay. Ich hab zwar keine Ahnung, wie wir den Hubschrauber getrückt haben, aber oh mein Gott. Wir werden richtig fett. Ufo. Okay, pass auf. Okay, wir können alles stören. Das Ufo macht eigentlich einfach gar nichts. Was ist das da? Heilige Kacke. Das ist ja mal voll crazy, wie das Ding aussieht. Aber wir haben's eliminiert. Und das war sehr, sehr easy auf jeden Fall. Und ja, je besser wir es eliminieren, desto weiter kommen wir und desto mehr Punkte bekommen wir. Wofür wir bestimmt irgendwas bekommen. Was ich aber nicht weiß, was genau. Ich meine, hier im Shop gibt's auch Sachen. Uh, wir können hinaus tun, okay. Wasser gibt's auch verschiedene Wesen. Okay, das ist geil. So, wir nehmen erst mal Godzilla auf jeden Fall. Okay, lass mal sehen. Wir fangen erst an so klein, als kleines Ding und dann werden wir immer größer. Oh. Okay, ja, ja, gut. Also so sieht Godzilla im Anfangs-Stadium aus. Ich seh schon. Oh mein Gott. Und wir kämpfen gegen riesen Roboter. Ich weiß nicht, wer von euch den Film gesehen hat, aber da gab's ja Mega-Godzilla. Der war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Muss man zu sagen, auf jeden Fall. Aber dann haben wir einen Nice eliminiert, was perfekt ist. Und Godzilla hat mal wieder seinen Job gemacht, indem er alles zerstört hat. Und da haben wir einen Roboter. Aber nein, danke. Ich hab keinen Interesse gerade an Transformers. So, weiter geht's. Wir behalten es mal Godzilla. Weil ganz ehrlich, Godzilla ist halt schon sehr, sehr mächtig. Außerdem hat Godzilla den Vorteil, dass er auch im Wasser sein kann. Was ein riesiger Vorteil ist, muss man sagen. Ich meine, im Wasser zu sein ist ein Mega-Vorteil. Warte mal, können wir ihn besiegen? Ja, wow, wir haben ihn besiegt. Aber, boah, der Stahl, ne? Der ist so geil. Und wir schaffen es fast immer bis 8. Obwohl, dieses Mal waren es nur 7, leider. Aber wir haben es gemeistert und das ist sehr schön. Und da ist ein neuer Skin. Okay, nice. Weiter geht's. Wir sind wieder dieses Ding. Ach so, wir können uns quasi aussuchen. Zum Beispiel im Wasser können wir zwischen den Skins wechseln. Und auf dem Land können wir zwischen den Skins wechseln. Und diesmal kämpfen wir gegen Godzilla. Kann ich bitte größer werden, bitte? Oh mein Gott, ja. Das wollte ich, nur das wollte ich. Okay, jetzt haben wir die Chance, ihn auch zu besiegen. Waren es zwar 3 Schläge, aber das ist komplett in Ordnung. Und wir haben Godzilla easy, peasy eliminiert. Keine Chance gegen uns auf jeden Fall. Na gut, weiter geht's. Wir sind wieder Godzilla. Wir können einfach Bäume zerstören, oder ja. Das macht uns nichts, wenn wir Bäume einfach zerstören. Hier kommt er nach rechts. Nach links, glaube ich. Oh, so. Ja, das ist gut, das ist gut. Komm schon, wir müssen schon Godzilla werden. Das ist das Wichtige. Wenn wir nicht Godzilla werden, dann haben wir nämlich keine Chance. Also wir müssen auch das höchste Level haben, um gegen einen riesen Roboter zu... Um den zu eliminieren, logischerweise. Also, ist ja klar. Wir haben ihn besiegt. Nice, sehr schön. Und das nächste Level, was wir geschafft haben. Besser geht's gar nicht. Okay, nächstes Level. Wir sind jetzt bei Level 9. Ja, diese Bewegung zu machen ist sehr, sehr effektiv auf jeden Fall. Ich sehe... Oh mein Gott, nice. Oh, ich bin Godzilla, perfekt. Und da ist wieder King Kong. Ich meine, King Kong vs. Godzilla sind so die Hauptriesen, okay? Ich meine, das gibt es schon seit 1960 oder so. Das wäre keine Ahnung, wie lang. So, die Filme sahen damals mega lächerlich aus. Aber hey, das gibt es schon mega, mega lang. Und das sind so die zwei Helden, okay? Die zwei Riesen, die die bekanntesten sind, logischerweise. Also feiere ich auf jeden Fall. Okay, wir sind jetzt wieder in der Sache. Am Anfang kann man Werbung schauen, dafür, dass man schneller groß wird. Oder das Mittelstadium schon mal hat. Aber brauchen wir gar nicht. Weil ich finde, diese Teile hier einzusammeln, ist gar nicht mal so schwer. Ist sogar ziemlich easy. Oh, dieser Drache ist auch sehr cool. Vor allem, es gibt diesen dreiköpfigen Drachen. Der tatsächlich... Nicht in diesem Film. Der war in diesem Film gar nicht, glaube ich, dabei. Aber im letzten Film ist er sogar gestorben. Der wurde jetzt auch von Godzilla oder von King Kong getötet. Von irgendeinem wurde er getötet, auf jeden Fall. Also, dieser dreiköpfige Typ. Schon ziemlich crazy. Ja, den Mothra... Ja, weiß nicht. Finde ich jetzt auch nicht so geil. Ist halt ein riesiges Insekt. Gehört auch dazu, auf jeden Fall so ein riesiges Insekt. Aber ich finde, es halt irgendwie nicht so geil, muss ich sagen. Was sind da eigentlich Ufos? Ich meine, wir leben in einer Welt, wo es riesige Wesen gibt. Also, ich meine, Ufos sind gar nicht so unwahrscheinlich. Und wir werden immer größer. Oh mein Gott, hier sind wir rein. Oh mein Gott. Was? Dasselbe gegen denselben? Das ist crazy. Aber wir haben natürlich gewonnen, weil wir das stärkere Selbe sind. Alter, er wird sogar noch weitergeflogen. Ja, aber wir perfekt geflogen sind aber auch, ne? Ist ja klar. Wow, der sieht geil aus. Den würde ich gerne wahrscheinlich haben, ehrlich gesagt. Also, da wäre ich schon ziemlich gehypt drauf. Aber gut, weiter geht. Wie gesagt, wir brauchen keine Upgrade. Wir machen einfach den ganz schnellen Move. Oh mein Gott, hier sind so viele, ne? Oh, 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 nice. Alter, Schwierig. Ich bin jetzt hier auf dem Immobilienator. Und da geht es echt sehr, sehr schnell. Und jetzt ist es was Zilla gegen Zilla. Nur er, sein Gott, das sieht irgendwie cool aus, weil er so diese blauen Dinger da hinten hat. Und wir sind mal sieben. Okay, hier geht es also bis nur mal sieben weiter. Sehr interessant auf jeden Fall. So, wir brauchen tausend Juwelen. Dann können wir uns einen zufälligen Skin holen, ohne Werbung zu schauen. Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr geil, muss ich sagen. Also, let's go. Wir sind jetzt Level 13. Und schon wieder der Drache in der Luft. Also, hier gibt es quasi Wasser, Luft und, ähm, Land, logischerweise. Also, macht schon Sinn auf jeden Fall. So, ganz schnell. Oh, wir haben alles. Näh. Oh, oh mein Gott, sie wird fett. Zieh dich mal rein. Oh, das ist der Dreiköpfige, von dem ich gesprochen habe. Aber er sah anders aus. Das ist ein Dreiköpfiger Hund. Okay, an den kann ich mich sicher erinnern, dass es den gab. Aber ja, das ist auch unser Wesen, was quasi sehr gigantisch ist. Und was quasi, ähm, naja, respektabel auf jeden Fall ist. Aber ich meine, diesen, der so lange, lange Köpfe hat, den feiere ich am meisten, muss ich sagen. Oder von den Dreiköpfigen Wesen. Ähm, aber gut. Sonst würde es viel schneller gehen, aber da kommt jede, bei jeder Runde Werbung. Und da habe ich keine Lust drauf. Also, bei jeder zweiten Runde würde ich sagen, ja, okay, würde ich machen. Bei jeder Runde sage ich aber, ähm, eher weniger. Was ist da? Wie heißt dieses Wesen? Kamera. Okay, gegen den habe ich schon mal kämpft. Das ist anscheinend eine Schildschüttel, die wahrscheinlich auch unter Wasser sein kann. Und, ähm, sieht auf jeden Fall stark aus. Aber auf jeden Fall nicht so stark wie Godzilla. Das steht schon mal fest. Ich meine, ihr habt es gesehen, was wir mit ihm gemacht haben, oder? So, Godzilla ist einfach, einfach viel, viel stärker. Muss man einfach dazu sagen. Okay, wir sind wieder im Wasser. Und wir sind wieder der, der, der Tentakel-Fisch. Der erste Mal ganz klein ist. Okay, wir müssen hier aufpassen, dass wir nicht die roten Dinger nehmen. Weil, wie gesagt, ich habe noch keinen Level verloren, glaube ich. Habe ich schon ein Level verloren? Ich glaube tatsächlich nicht. Deswegen, ich würde das gerne auch so beibehalten. Und wir kämpfen gegen Chutlu. Und ich heiße einfach Oktopus. Okay, interessanter Name. Und er ist wieder ganz zum Schluss geflogen. Was sehr, sehr nice auf jeden Fall ist. Finde ich sehr gut. Oh, neuer Scan. Oh, sieht geil aus. Gefällt mir, gefällt mir. Ich mag, ich mag das. Sieht hässlich aus, aber, hey, heißt ja nicht, dass er schwach ist. Nur weil er hässlich aussieht, richtig? Also muss man dazu sagen. Okay, nächstes Level, wir sind wieder im Wasser. Ich weiß gar nicht, ob das zuverlässst, wenn wir im Wasser sind oder wenn wir nicht im Wasser sind. Aber, ja, ich bin mir da ehrlich gesagt so gar nicht sicher. Aber, ja. So, wir sammeln. Kann ich alles hier sammeln? Uff, das war gut. Nein! Aber ich habe aus Versehen die Teile gesammelt. Aber wir sollten trotzdem gewinnen, oder? Giant Robots. Ich meine, jetzt wo ich Mega Godzilla gesehen habe, ist in diesem Robot einfach gar nichts mehr. Ich meine, habt ihr mal Mega Godzilla gesehen? Das war crazy. Okay, Mega Godzilla ist mega, mega crazy. Also, ich will, ich meine, kann ich Spoiler, kann ich nicht Spoiler. Ich will gar nicht über den letzten Film reden, falls hier noch jemand schauen will. Ich glaube, er läuft ja noch in Kinos. Also, ja, ich mag es selbst nicht, wenn man so Spoilert. Deswegen will ich auch nicht andere Spoilern, sonst würde ich gerne darüber reden. Aber, ich genieße es einfach, dass wir gerade riesig sind und ein Monster sind. Und die ihn töten können. Bleibt recht. Oh Gott. Die Teile, es ist wirklich gefährlich. Aber gut. Da ist wieder ein normaler Drache gegen mich. Big Drache gegen Drache. Ich bin der Big Drache und er ist der Drache. Also bin ich logischerweise stärker, weil ich der große Drache bin. Also, es ist ja sowas wie kleiner Bruder und großer Bruder. Ich habe mal wieder meinen kleinen Bruder einfach verprügelt. Logischerweise. Ist also schon ziemlich geil, den kleinen Bruder zu verprügeln. Macht Spaß, der Dominanz zu zeigen. Weil er später auf die Welt gekommen ist als ich. Und ich deswegen mehr Erfahrung habe und weiß, wie ich ihn leichter verprügere, als er mich. Diese Vorteile sollte man immer als großen Bruder nutzen, auf jeden Fall. Definitiv. Also gut. Diese Helikopter machen übrigens gar nichts. So, die schwächen mich halt auch nicht, ne? So, die... Ah, wir sind schon Max. Ah, wir können gar nicht großer werden. Wir können aber kleiner werden. Das heißt, sobald wir Max sind, müssen wir darauf aufpassen, dass wir auf jeden Fall nicht kleiner werden. Und da ist Motra und die haben wir easy peasy eliminiert. Denn diese Bia hatte einfach null Chancen gegen mich. Nice. Okay, wisst ihr was? Wir spielen noch ein Level. Uh, ich weiß schon. Ich kann mir schon vorstellen, wie der Skin aussehen wird auf jeden Fall. Zu 100% sogar. Okay, weiter geht's. Let's go. Hier seht ihr, dass die Wände machen einfach gar nichts. Warte mal, Level 2, Level 3. Was ist größter Level? Ich glaube... Warte. Und? Ja, hier sind wir Max. Okay, also jetzt können wir eh nicht größer werden. So, das war's. Also, wenn wir so groß sind, haben wir es schon geschafft, theoretisch. Und wir haben ihn eliminiert. Und er fliegt jetzt einfach da lang. Und er ist absolut K.O. Aber ja, das war Kaiju Run. Oder wie haben wir das aussprechen will. Ziemlich geiles Spiel. Wenn ihr neue Folgen davon sehen wollt, lasst es oben da. Abonnier-Kostos, aktivieren die Locke. Checkt mein Instagram auch in der Beschreibung ab. Ich lade da momentan sehr, sehr viel hoch von meinem Leben. Wenn ich Fitness mache oder was ich esse und so weiter und so fort. Also, wenn ihr das sehen wollt, checkt mein Instagram ab. Ebenso mein Merch. Und bis zum nächsten Video. Bye. Bis zum nächsten Mal.